Eat your Bible Mit Josias Burger und Chris Strauch Ho Josias! Grüezi Chris! Du warst kürzlich in Berlin, ich war auch noch ein paar Tage weg am Meer. Wo warst du? Ich war nahe an der spanischen Grenze Frankreich und war wunderschön natürlich. Und ich glaube, du hast dort noch ein bisschen Sommer genossen oder wie? Ja, es hatte alle Arten von Wetter. Es hatte Regentägen, Sonnentägen, eigentlich so wie das Leben. Ich habe einfach noch so ein schönes Erlebnis gehabt. Als ich war, hatte es so wie ein Watt. Und wir sind über das Watt gelaufen und dann siehst du überall so die Salzkristalleuchte in der Sonne. Das ist wunderschön. Und dann ist mir natürlich in den Sinn gekommen, ihr seid das Salz der Erde. Das ist dann schön, dass dir das in den Sinn gekommen ist. Jetzt habe ich mir gerade so vorgestellt, weisst du, wie du so über das Watt, ich habe gar nicht gewusst, dass dort in Frankreich auch Watt hat. Ja, so ein Mini-Watt. Im Allsatz hat es schon auch, also jetzt vor allem beim Ärmelkanal, oder du weiss ich, Normundi, Breton, dort hat es schon Watt. Aber da, wo wir waren, hast du auch gesehen, es war so ein Landstück, das beeinflusst war von Eben und Flut. Und du hast schön drüber laufen können. Ich habe mir das so gerade vorgestellt, wie du dort laufst. Und ich bin ja auch schon im Norden, bin ja auch schon im Watt gewesen. Und das ist wirklich sehr faszinierend. Überhaupt, die Gezeiten sind sehr faszinierend. Und jetzt habe ich eher gedacht, dass du vielleicht darauf kommst, dass es dort so Wattwürmer gibt und so. Und jetzt kommst du mit dem Salz. Ja, Würmer hat es auch gehabt. Aber jetzt hast du eben auch dort nicht von den Würmern, also wo ist der Wurm drin, wo steckt der Wurm drin, sondern Salz der Erde. Also das ist ja auch, wo steckt denn eigentlich Salz drin. Und jetzt kommt man gerade in den Sinn, dass wir, man hat auch Schüler gefragt, warum eigentlich das Meer salzig ist und Flüsse eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, super Frage, ich weiss es auch nicht genau, aber ich glaube, es hat vielleicht auch noch mit der Verdunstung irgendetwas zu tun. Und jetzt kommst du mit dem Salz. Weisst es du? Ich habe das auch mal, ich habe das mal nachgeschlagen. Und ich muss dir auch sagen, ich habe das mittlerweile vergessen. Ich denke eben, weil es natürlich von überall Mineralien herkommt, wahrscheinlich auch von den Bergen, dass es dann da eine Ansammlung von Salz gibt. Aber ich tue jetzt mal da schön Dr. Internet fragen, was es da heisst. Warum Salz im Meer? Im Laufe der Erdgeschichte wurden Gebirge aufgefaltet und wieder abgetragen, Gesteine durch Verwitterungsprozesse zersetzt. Dabei werden die Salze aus den Gesteinen herausgelöst und über Bäche und Flüsse in das Meer transportiert. Also so ähnlich, wie ich es gesagt habe. Das würde aber heissen, dass die Flüsse und die Seen auch ein bisschen salzhaltig sind. Einfach nicht so stark. Ja, die tragen natürlich das Salz ab von den Bergen und bringen dann das nach ins Meer. Und die Berge waren ja wahrscheinlich eh früher auch Küsten. Und jetzt hast du aber gesagt, wegen dem Salz vor Erden. Wir sollen Salz vor Erden sein. Und vielleicht sind wir etwa mal so Salz vor Erden, so wie es eben im Süsswasser ist. Es fällt nicht gross auf. Man merkt es vielleicht nicht einmal gross. Und dann gibt es dann wieder, wo Salz dann mehr ins Gewicht fällt. Im Zusammenhang mit einem Meer, mit einem Ozean. Dort kommt Salz mehr zur Geltung. Ja, manchmal kann auch super für Salz sein. Zu viel Salz ist manchmal auch nicht gut. Ja, ein Schluck Meerwasser. Ja, ich hätte jetzt wirklich lieber einen Schluck aus einer Quelle. Ich habe dann einfach gedacht, ich bin über das Watt gelaufen. Mir ist der Spruch ins Sinn gekommen. Und dann habe ich gedacht, es ist schon noch praktisch. Alles, was wir brauchen, was unser Körper benötigt, ist da. Also eben Salz ist vorhanden, das können wir aufnehmen. Und sonst sämtliche Mineralstoffe und Vitamine gibt es aus Früchten, aus allerhand Lebensmitteln. Und es ist noch spannend, wie das alles wieder aufgeht und wie das alles im Kreislauf ist. Also ich muss ehrlich sagen, du hast ja gesehen, ich habe nicht den Überblick über das alles. Und staune wirklich auch, wenn du das jetzt so erzählst. Und auch sonst staune ich wirklich Bände. wie diese Verknüpfungen sind. Und das ist für mich auch wieder ein Grund, der mich darin bestärkt, dass da hinter dem allem wirklich ein überragender Geist muss sein. Weil das ist ja nicht alles irgendetwas vorhanden, sondern es ist eben abgestimmt vorhanden. Und es übersteigt also in vielem meine Kapazität und meinen Verstand. Eben, wenn wir jetzt nur rein von der Evolution ausgehen, auch da, es muss eine riesige Intelligenz dahinter sein. Der überragende Geist, ja. Also eine Superintelligenz, oder wie man das heute auch immer sagen möchte. Und gleichzeitig finde ich es so faszinierend, dass dann in der Bibel davon geredet wird, dass das nicht nur eine Superintelligenz ist, sondern dass das ein Gegenüber ist, ein Gott, der sogar persönlich sich einzelnen Menschen, einzelnen Lebewesen zuwendet. Aber wieso meinst du, macht denn Gott das alles so komplex? Oder wir brauchen viele Mineralstoffe, wir brauchen verschiedene Vitamine, wir haben verschiedene Organe in uns. Es ist ein total komplexes System, oder auch nur, dass der Blutdruck aufrecht zu erhalten, dass der in diesem Bereich liegt, in dem er muss, auch das ist schon sehr, sehr etwas Schwieriges. Wieso meinst du, ist das alles so? Ja, das stimmt. Aber weisst du, vielleicht macht das Gott mit links, weil das ist für ihn keine Kunst, was für uns eine riesige Kunst ist und wo wir Sachen überhaupt nicht durchschauen, ist vielleicht für Gott gar nicht so schwierig. Nur für uns Menschen. Eben der Kreislauf vom Leben. Leben braucht Energie. Tier frisst Tier, Mensch frisst Tier oder Obst und Gemüse. Aber es lebt ja alles irgendwie. Also, dass etwas Leben kann, muss andere Energie weichen. Das ist natürlich schon auch etwas, wo ich mir eben mal schon auch Gedanken mache. Warum ist die Welt so eingerichtet, dass halt das eine Leben für das andere Leben muss weichen? Das finde ich schon nicht ganz einfach zu verstehen. Also bei den Tieren, das könnte man ja sagen, ist auf der Ebene vom Instinkt. Ein Tier hat den Instinkt, dass es überleben will, Überlebensinstinkt und tötet dann im Normalfall ein anderes Tier oder es ist eben ein Pflanzenfresser, dann ist es noch etwas anderes, aber im Normalfall nur so viel, wie es braucht, als Beutung. Bei den Menschen ist es ja anders, aber wir haben einen Verstand bekommen, wo wir uns ja auch Gedanken machen können, wie können wir das möglichst verträglich machen, wie können wir das so machen, dass wir es mit unserem Gewissen verantworten können. Und das bleibt eine Herausforderung und darum ist das Leben auch nicht immer ein Zuckerschlecken und ein Salzschlecken schon gar nicht. Genau. Salzschlecken, ja, das wäre ein guter Begriff. Das Leben ist kein Salzschlecken. Ich habe einfach auch das Gefühl, weisst du, dass wir Menschen eben je nachdem auf Kosten von anderem Leben unsere Existenz nur gestalten können. Das ist natürlich nicht der Idealfall. Das ist in dem Sinn halt nicht mehr die Beste von allen Welten, sondern wir leben hier, es klingt jetzt sehr pathetisch, in einer gefallenen Schöpfung, aber wenn man es jetzt verbindet mit dem Sündenfall, dann wäre ja wirklich der Anfangszustand, der Zustand von Heilsein, der kommt aus, ohne dass andere Lebewesen sterben müssen. Also wenn du jetzt ans Paradies denkst, dort sind Menschen ja als Vegetarier gedacht und ist ihnen zugewiesen, dass sie Früchte essen und Krüter essen und Pilze und was so rum ist. Aber die Idee mit dem Fleisch essen kommt ja dann erst viel später, nachdem die Menschen sozusagen nicht mehr im Paradies leben. Es ist nur ein Kontingent an Energie vorhanden, die wir nutzen können und das ist auch in einem Kreislauf. Ja, also das ist wahrscheinlich, wie sagen wir, ein Perpetuum mobile Stück weit. Also Energie kann ja immer wieder verändert werden, also Energie gebunden in einem Gegenstand kann ja dann nachher zu Energie werden, die sich in Bewegung umsetzt oder in Licht übergeht. Und wir Menschen können viel schaffen, wir sind extrem kreativ und auch, aber unsere Energie ist begrenzt und wir können nicht zusätzlich Sachen schaffen, die nicht schon vorhanden sind. Also auch das ZERN schafft das nicht. Aber der Mensch kommt schon ziemlich weit, eben, um gewisse Fragen zu beantworten. Ja, was wir alles schon haben können für Fragen beantworten, das ist ja unglaublich. Also da der Durst nach Wissen, der Wissensdurst und in dem Sinne aber auch der Lebensdurst ist wahrscheinlich nicht stillbar. Und das gehört vielleicht auch dazu, zu der menschlichen Konstitution, die wir haben, zu dem Komplexen, wie wir geschaffen sind, dass wir die Sehnsucht in uns haben und wollen mehr wissen und mehr verstehen und gleich nie an den Punkt kommen, wo wir das Geheimnis vom Leben ganz durchschauen und geschweige denn das Geheimnis, das Gott darstellt. Ist es vielleicht auch eine Beschäftigung von Gott für den Menschen, dass es uns nie langweilig wird? Das wäre ja eine coole Idee, oder? Also wenn jetzt sagen wir, wenn jetzt du Gott wärst und du würdest eine Welt schaffen, wo alles schön so funktioniert, also tadellos, aber es tot langweilig ist, weil alles genau programmiert ist, die Menschen machen genau das, was du vorgesehen hast für sie und ich weiss nicht, ob das eine so schöne Vorstellung wäre. Ja, die Sinnhaftigkeit vom Leben ging die dann verloren. Tora. Ja, genau, genau, das ist, glaube ich, das, was Gott in unsere Herzen und Köpfe hineinpflanzt hat, Suche nach dem Sinn und ob man jetzt gläubig ist oder nicht gläubig, ich glaube, diese Fragen, die lassen uns nie los. und es gibt natürlich verschiedene Antworten, die man darauf finden könnte, auf den Sinn des Lebens. Viele Fragen sind natürlich unklärt, unzählige Fragen sind auch unklärt, auch wissenschaftliche Fragen, aber auch die Bibel ist für mich teilweise noch unergründlich und zum Glück bist du heute wieder da mit einem Zufalls-Bibelspruch. Also die Bibel ist wirklich eine Schatztruhe, die sehr tief unten den Boden hat und noch viel zu verstehen gibt und zu ergründen. Ich habe wieder die Basisbibel dabei, die uns ja ein bisschen beim Ergründen helfen soll, weil es eine einfacher Sprache ist. Jetzt schauen wir mal. Das ist die neue Bibel von dir, die sich wirklich beschränkt auf ganz einfache Sätze. Genau, so ist es. Wir sind im Lukas-Evangelium gelandet und zwar bei einer Stelle im 8. Kapitel Vers 19 und dort heisst es, da kamen die Mutter und die Brüder von Jesus zu ihm. Doch wegen der Volksmenge konnten sie nicht zu ihm durchkommen. Das ist jetzt natürlich auch wieder ein sehr einfacher Satz. Da brauchen wir jetzt nicht wahrscheinlich so grosse Erklärungen. Also Basisbibla wird das jetzt nicht viel anders übersetzen als eine Lutherbibla. Was meinst du, die Basisbibla brauchen, bis endlich mal eine komplexe Stelle kommt? Ich finde, so lange müssen wir wirklich den Schnauf haben. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Wir könnten es ja nicht steuern. mal schauen, wir bleiben hier am Ball, bis wirklich eine komplizierte Stelle kommt. Also Jesus ist jetzt momentan so eine wichtige und berühmte Persönlichkeit, so interpretiert es das, dass es nicht mal die Mutter und Brüder den Weg zu ihm schaffen, weil eben Jesus umzingelt ist von Menschen. Ja, da ist also recht der Auflauf von Leuten. Das hat sich einfach umgesprochen, dass er vielleicht wir haben es keine für Sinnsuche wahrscheinlich haben sich Menschen angesprochen gefühlt in ihrer Sinnsuche, in ihrer Sehnsucht nach Leben, wo mehr ist als überleben. Wahrscheinlich auch Menschen, die gemerkt haben, dass Luxus, das es auch gegeben hat, Luxus nicht alles ist, sondern dass es mehr braucht oder bessere Antworten auf das Leben als nur Konsum. Und da sind es all die Leute, kommen bei Jesus vorbei, also nicht bei ihm zu Hause, sondern bei irgendjemandem, der Jesus eingeladen hat. Und das Haus voll und die Nächsten von Jesus haben. Also das Privatleben. Wo ist das Privatleben und wo ist seine Familie, wo hat das noch Platz? Das passiert doch im Leben, dass man in einer wichtigen Position ist oder auch in der Öffentlichkeit steht und dann hat man fast keine Zeit mehr für die Familie, die viel wichtiger wäre als alles andere. Und dann widmet man sich seiner Aufgabe, seiner Position. Eigentlich investiert man dadurch falsch. Also ich glaube, es ist eine Verlockung und vielleicht auch eine Versuchung. wenn man so gefragt ist, also wenn ich jetzt an mich denke, auch als Pfarrer bist du natürlich gefragt, wirst du beansprucht und dann ist es tatsächlich eine Versuchung, ganz in seiner Arbeit aufzugehen und zu vergessen, wer deine Nächsten sind, wer deine Familie ist. und wenn die Familie zu kurz kommt, dann hast du entweder Leute in dieser Familie, die sich melden, wie jetzt die Mutter von Jesus und Brüder, die melden sich jetzt und klopfen an und sagen, Jesus, wir sind auch noch da, wir wollen auch noch etwas von dir, schliesslich bist du einer der Familie. Und wenn sich die Leute nicht melden, dann kann es sein, dass man sich aus den Augen verliert und dann ist das natürlich schade, ich finde, das ist dann auch verpasste Chance. Und darum muss ich mich selber immer wieder mal an der Nase nehmen und schauen, dass das ins richtige Verhältnis kommt, also einerseits das Privata, aber auch das Persönliche und dann wieder das Berufliche. Ich weiss nicht, wie dir das so geht, lässt dich mal aus oder stehst auch unter der Gefahr, die ganz ein bisschen auffressen zu lassen oder aufsaugen zu lassen oder ist das bei dir kein Problem? Also ich wollte die Frage, weil nach der Predigt hat sicher noch jede Frage und dann gibt es wahrscheinlich x Einladungen Leute, die zum Essen einladen wollen und das ist eine ganz schöne Sache. Wenn keiner kommen wäre, wäre es auch nicht recht, aber das Ganze noch einteilen und zu organisieren. Und bei mir ist das auch ähnlich, aber ich probiere mich bewusst abzuschotten, ich probiere einfach mir auch einen Freiraum zu schaffen. Und was ich auch schon festgestellt habe als Moderator oder in dem ganzen Showbusiness Umfeld durfte ich zum Beispiel auch Garmin Fank entdecken, der Music Star war noch vor 20 Jahren ein riesen Hype und ich kenne Garmin noch, wo sie einfach beim Radio gearbeitet hat, eine von See ganz liebe Frau und dann siehst du von heute auf morgen eine riesige Erfolgswelle und du siehst genau, wie sich alles verändert. Garmin ist eigentlich die gleiche geblieben, die hat natürlich von den Einflüsse her auch keine Zeit mehr gehabt, aber das Umfeld verändert sich auch und das muss man auch kalkulieren, weil das Umfeld findet meistens die betreffende Person hat sich verändert, aber man muss das Umfeld verändert. Das finde ich spannend, die Frage stelle mir hin und wieder mal und stelle mir auch gar nicht einfach vor, wenn du gerade jung sagst, Carmen Fenty, ich mag mich natürlich auch noch erinnern, das war ja eine neue Sache, der erste Music Star, und ich glaube, sie war in der ersten Staffel dabei, und wenn du so jung erfolgreich bist, dass du am Boden bleibst, und andere Vorstellungen, und du kannst nicht mehr abschätzen, sind jetzt die mir zugewendet und zugetan wegen meiner Person oder wegen meinem Fame, den ich habe. Und dort einen guten Weg zu finden, das ist nicht einfach. Und die Fallhöhe ist eben auch gross. Wenn du siehst, wie in den Medien Leute gehypt werden und auf dem Podest hochgehoben werden, seht ja gerade die GLP Politikerin, die einen tiefen Fall hatte, die von den gleichen Medien wurde total auf den Schild gehoben worden und nachher wurde extrem schnell fallen gelassen. Das schudert mich fast. Das finde ich ganz schwierig, wie schnell das passiert. Das ist die mediale Zerfleischung, die wir gierig sind nach Negativ Meldung, die jeder auch noch in die gleiche Kante schlagen. Es gab auch den Skandal mit Mockridge, dem Komiker, der auch Witz gemacht hat über Behinderte. Wir diskutieren da jeder seine Meinung darüber geäussert. Aber was auffällt, dass jeder genau in die gleichen Kerben schlägt. Was mir schön gedauert hat bei dieser GLP-Politikerin, dass sich auch noch die katholische Kirche gemeldet hat. Deine Konkurrenz kann man sagen. Aber gesagt hat der Bischof Bonmain, der gefunden hat, wir verzeihen von unserer Seite. Ja, sie hat sich betroffen gefühlt in katholischen Kirchen und das finde ich eindrücklich. Man kann nicht immer nur davon reden, dass man das macht und es nicht in Tat umsetzen. Das finde ich schon noch wichtig. Und ich meine, der, was uns vorlebt, mindestens der katholischen und der reformierten Kirche, das ist der Jesus. Und ich frage mich schon auch, er ist wahrscheinlich auch von vielen aufgejubelt worden. Also nicht nur vielleicht, er ist von vielen aufgejubelt worden. Und wo er vielleicht nicht mehr den Vorstellungen entsprochen hat, die sie hatten, wurde er schnell fallen gelassen. worden. Jetzt in dieser Situation ist noch die Frage, lässt er seine Familie fallen? Oder lässt seine Familie infallen, wo er nicht mehr so zugänglich ist? Jesus müsste doch quasi für alle zugänglich sein? Das ist schon eine Frage. Das ist eine riesige Verantwortung. Und die stellt sich jeder, wenn er auf einmal in der Öffentlichkeit steht. Ich habe meine Fans nicht im Stich lassen. Es geht genau in die Öffentlichkeit steht. Es wichtig, dass man ein solides Umfeld hat. Es kann ein kleiner Kreis sein, das Umfeld auch pflegt. Und eben mal selber denken, als Umfeld liegt es vielleicht auch uns. Haben wir uns verändert? Oder ist jetzt wirklich die andere Person? Stichwort Kreis. Ein guter Kreis, der einem kritische Rückmeldungen gibt und nicht nur einem raufjubelt oder anbetet. Genau, es gibt ja die drei Präpfahrer, die profitieren. Und Jesus hat sich tatsächlich so einen Kreis gebildet mit den zwölf Jüngern. Ich finde es spannend, er sagt im weiteren Verlauf, es geht noch weiter, der Punkt ist eben nicht, wer ist meine Familie? Er sagt die, die Gottes Wort gehörend und nach Gottes Wort handelnd, das ist meine Familie, die sind mir wie eine Mutter oder wie Brüder oder wie Schwestern. Und das ist der Clou. Man könnte meinen, er wandert sich gegen seine eigene Familie. Aber er eröffnet noch einen weiteren Kreis, einen weiteren Kreis eröffnet. sagt, ich will zugänglich sein, nicht nur für die meine Familie, sondern für alle Menschen, die das wollen. Und entscheidend ist nicht die Blutsverwandtschaft, sondern entscheidend, in seinem Fall, entscheidend ist noch etwas anderes. Und in dem Fall zu hören auf Gottes Wort und danach zu handeln. Und das ist wahrscheinlich etwas, da war schon ein bisschen Salz in der Wunde von Maria und der Geschwisterte. Und die haben das wahrscheinlich am Anfang nicht verstanden. Sie haben sich wahrscheinlich runtergesetzt, gefühlt durch das. Später konnten sie es dann verstehen. Danke für das Salz aus der Bibel, kann man sagen. Josias, Basisbibel, die uns heute wieder einen einfachen Spruch gebracht hat. Und wir bleiben dran. Und hoffentlich mal auf mehr Komplexität. Genau. Vielleicht schon beim nächsten Mal. Danke dir viel Mal, Josias. Tschüss, Chris. It's your Bible mit dem Pfarrer Josias Burger und dem Moderator Christrauch im Auftrag der evangelisch reformierten Landeskirche Graubünden.